sein können haben sie irgendeinen verwendungszweck für eine handvoll gibts nein erkennen sie diesen mann nein er ist ja gut ich gehe möchten sie mir gerne die hand schütteln das glaube ich weniger senior ich gehe dann für jetzt wenigstens adios senior nehmen wir da mal rein sie ja was gibt es würde ihnen doch bestimmt auch nicht gefallen wenn wildfremde leute einfach in ihre wohnung spazieren würden oder also nein ich glaube nicht dann nehmen sie doch selbst auch ein bisschen rücksicht okay sorry kann er das mitkriegen der war im wasser aber mann Knoten rein mir widerstrebt der gedanke 30 Meter Gartenschlauch mit mir herum zu schleppen also lasse ich ihn einfach liegen ich kann es doch hier mit der irgendwo jetzt Luft rein machen und dann ms das ab warte jetzt kommt kein wasser mehr muss er da hin mein Schlauch hat aufgehört zu spritzen wirklich sie mein Schlauch hat noch nie aufgehört zu spritzen naja tut mir leid das zu hören es ist immer etwas traurig wenn eine alte tradition endet hatten sie etwas damit zu tun nein also ich bin schockiert ich bin zu steiner start wie können sie so etwas nur denken ganz leicht sind ja ganz leicht ich werde jetzt herausfinden warum mein schlauch aufgehört hat zu spritzen und dazu werde ich in das haus gehen sie jedoch werden keinen fuß in das haus setzen denn wenn sie das tecken würde ich ja die Hunde auf sie hetzen und dann tun sie das ein Chihuahua wahrscheinlich oder was der Schlauch kommt halt nun mal ins alter und da hört er mal auf zu spritzen uff passiert halt shit da was ein Haus eine Kuppel verflucht abgeschlossen aus der Entfernung habe ich es glatt für ein Sommerhaus gehalten von nahem bin ich da nicht mehr so sicher ich werde doch nicht auf Dächern rumkraxeln wenn es nicht sein muss auf dem Dach steht eine Statue von einem Mann er sieht aus wie ein Ritter mit einem Speer und einer Art Stab soll kann ich hier irgendwas machen so wie es aussieht nein kann ich hier mit dem verflucht abgeschlossen ja ok dann nicht dann müssen wir glaube ich doch ins Haus zurück jetzt rein schnell weg erst mal hinter der Statue verstecken sieh da ich weiß dass sie da sind amerikaner in Ordnung ihr Hunde ich komme kann ich die Tür zu machen ach ich geh einfach hoch Madre dios wer sind sie ich heiße George Stobart es tut mir leid dass ich hier so rein platze verlassen sie sofort mein Haus sie sind hier unerwünscht bitte hören sie mir nur eine Minute zu In Ordnung. Sagen Sie, was Sie zu sagen haben, Senor Stoppard. Es hat eine ganze Reihe von Morden gegeben. Sie sind Teil einer Verschwörung. Auf jeden Fall hat mich die Spur hierher geführt. Hierher? Hier gibt es nichts, was die Welt da draußen interessieren könnte. Vor mehr als 600 Jahren gab es aber etwas. Was soll das heißen? Diese ganze Angelegenheit ist irgendwie mit den Tempelrittern verknüpft. Die Tempelritter sind nur noch Staub. Sie hatten ein Geheimnis, das so wichtig war, dass Sie sich sehr viel Mühe gegeben haben, es zu verbergen. Ich verstehe nicht ganz, was das mit meiner Familie zu tun hat. Ihre Familie hatte doch eine enge Verbindung zu den Tempelrittern, nicht wahr? Ich glaube, Sie haben hier irgendwo einen Hinweis versteckt. Warum sollte ich einem völlig Fremden vertrauen, der in mein Haus eindringt? Ich möchte mich ja nur umschauen, wenn ich nichts finde. Dann verbringen Sie die Nacht auf dem Polizeirewehr. In Ordnung. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich weiß, dass Ihre Familie etwas mit den Tempelrittern zu tun hat, aber ich weiß nicht genau was. Sie sollten lieber fragen, was meine Familie damit zu tun hatte, Senior Stoppard. Die Tempelritter haben vor Jahrhunderten aufgehört zu existieren. Und was die De Vasconcelos angeht, so wird dieser Familienname mit mir aussterben. Das tut mir leid. Kein Grund. Okay, was immer passiert ist. Es ist vor fast 700 Jahren passiert. Wenn also die Tempelritter irgendwelche Spuren hinterlassen haben, dann sind sie in Dingen zu finden, die aus dem frühen 14. Jahrhundert stammen. Offensichtlich. Also was gibt es hier, das aus dem frühen Mittelalter stammt? Frühes Mittelalter. Lassen Sie mich nachdenken. Naja, das Haus selbst ist relativ modern. Kaum 300 Jahre alt. Oh, natürlich. Die Schachfiguren. Diese Schachfiguren sind über 600 Jahre alt? Die müssen ja ein Vermögen wert sein. Allerdings. Nicht, dass ich mich von ihnen trennen würde. Natürlich. Nein, das würde ich auch nicht. Das ist die Art Erbe, die man an seine Kinder weitergibt. Entschuldigung. Der Wert dürfte weit geringer sein, als Sie annehmen. Der Figurensatz ist nicht ganz vollständig. Eine der Figuren ist ein jüngeres Ersatzstück. Das Original ging vor langer Zeit verloren. Weiß denn niemand, wo es abgeblieben ist? Nein. Die Kinder hatten es, als sie verschleppt wurden. Kinder? Was für Kinder? Alles schön der Reihe nach, Senior Stoppard. Darf ich die Schachfiguren untersuchen? Sicher. Aber bewegen Sie bitte keine davon. Okay, danke. Aus der Nähe fiel die neuere Figur auf wie ein kaputter Finger. Noch etwas anderes war komisch an den Figuren. Alle Originale hatten unregelmäßige Fußstücke. Herrin, ich muss euch warnen. Da ist ein... Sie, ich werde Sie an die Hunde verfüttern. Lopez, was habe ich Ihnen gesagt, wegen dem Verfüttern von Einbringlingen an die Hunde? Aber, edle Herrin... Niemals ohne meine Erlaubnis. Senor Stoppard, wenn ich das Gefühl bekomme, dass Sie meine Zeit verschwinden, werden Sie an die Hunde verfüttert. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas Interessantes zeigen. Folgen Sie mir. Das Haus. Lopez, schließen Sie die Türe auf. Por favor. Das ist das einzige erhaltene Gebäude auf dem Grundstück, das noch aus der Zeit der Tempelritter stammt. Nett. Was ist das? Ein Sommerhaus? Ein Mausoleum, Senior Stoppard. Oh. Kommen Sie mit. Hey, Senior. Ja? Ich weiß nicht, was Sie meiner Herrin erzählt haben, damit sie Ihnen diese ganzen Gefallen tut, aber... Ich traue Ihnen nicht. Sie haben keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Kommen Sie nicht rein? Nein. Die Toten interessieren mich nicht. Mein Garten ist etwas Lebendiges. Da können Sie mich finden. Wow, das ist... alt. Das Mausoleum wurde im 13. Jahrhundert als letzte Ruhestadt für die Templer der Devas Concellos errichtet. Es ist gut gepflegt. Das hier sind meine Vorfahren. Und sie verdienen Respekt. Ich komme mindestens einmal pro Woche her, um ein Gebet für Sie zu sprechen. Darf ich mich etwas umsehen? Aber natürlich... Also. Gucken wir mal. Eine große Statue der Jungfrau Maria bewacht alles. Vor dem Schrein sehe ich einen Stehpult mit einer Bibel drauf. Als ich die Bibel entferne, sehe ich ein Muster auf der Ablagefläche des Pultes. Hey, das ist ein Schachbrett. Aus der Nähe kann ich ein Muster aus eingelegten Glaswürfeln sehen. Über einem Schachbrettmuster. Was macht der Stab? Und jetzt? Hier gibt es nichts zu löschen. Ich lege ihn wieder weg und fühle mich wie ein Idiot. Von der Decke hängt eine große, vergilbte Kerze. Sie sieht sehr alt aus und ist nie angezündet worden. Bitte, das da ist ein Fach. Was kann ich hier sonst noch? Das Mausoleum enthält fünf Gruften. Für fünf der Tempelritter. Lebensgroß in Marmor. So. Auch die Schachfiguren. Darf ich Sie etwas fragen? Bitte. Fragen Sie. Wer genau sind denn diese Leute? Meine Vorfahren. Die fünf Männer waren alle Mitglieder der Tempelritter. Fünf Vorfahren bei den Templern? Sie müssen sehr stolz auf sie sein. Nicht nur fünf. Sechs. Wo ist der sechste Ritter? Wir wissen es nicht. Einer Ihrer Vorfahren ist verschollen? Das ist eine Familienangelegenheit. Das kann hier wohl nicht wichtig für Sie sein. Sie ist aber verbunden mit dem Fluch der Familie der Devasconcellos, oder? Ja, allerdings. Doch ich hoffe, Sie respektieren meinen Wunsch, nicht darüber zu reden. Okay, lassen wir das Thema erst mal. Ist die Jungfrau Maria wirklich die Richtige, um ein Mausoleum mit fünf Rittern zu teilen? Sie beweisen nur Ihre Ignoranz. Senor Stoppard. Der Templer-Orden war der Jungfrau Maria gewidmet. Was ist mit dem gläsernen Schachbrett? Gibt es dazu auch eine Geschichte? Gläsernes Schachbrett? Ach, das Muster auf dem Stehpult. Das dürfte reine Dekoration sein, vermute ich. Da fehlen Glasstücke. Das war schon immer so, seit ich ein Kind war. Die Löcher im Glas sehen aber verteufelt nach Absicht aus. Nein, das ist lächerlich. Welche Bedeutung könnten Sie schon haben? Sie sind Teil eines Schachbrettes und die Lücken sind für... Senor Stoppard. Sie meinen doch nicht... Dieser Ort wurde für die Templer gebaut und ihre Schachfiguren stammen aus der Zeit der Templer. Das bringt einen doch ans Grübeln, oder? Das hier muss es sein. Hierauf verweist die Handschrift. Das ist umwerfend. Grandios, kann man auch sagen. Darf ich das so verstehen, dass die Templer hier ein Rätsel hinterlassen haben? Und dass wir die ganzen Jahrhunderte nicht mal gemerkt haben, dass es dieses Rätsel überhaupt gibt? Es ist wundervoll zuzuschauen, wie sich die Gräfin vor meinen Augen verwandelt. Nun gut. Keine Zeit für ein längeres Bad in Selbstmitleid. Was? Senor Stoppard? Dieses Mysterium hat lange, sehr lange überdauert. Aber es endet hier und jetzt. All die Jahre des Fatalismus fielen einfach von ihr ab. Lopez? Lopez! Legen Sie den Schlauch weg und hören Sie mir zu. Gehen Sie zum Haus und holen Sie meine Schachfiguren. Ja, die alten Schachfiguren. Los jetzt! Schnell! Oh, das ist aufregend, was? Erwarten Sie nicht zu viel. Das könnte genauso gut eine Sackgasse sein. Oder an, glaube ich, keine Sekunde lang. Es ist schön, Sie so glücklich zu sehen. Glücklich? Ja, wissen Sie, ich glaube, das bin ich wirklich. Sehr schön. Eine glückliche Frau. Wenn wir warten, könnten Sie mir doch eigentlich erzählen, was hier wirklich passiert ist. Ich meine mit dem Fluch und so. Es fing alles zu der Zeit an, als der Orden der Tempelritter zerschlagen wurde. Don Carlos hatte den Orden bereits verlassen, um ein Gelehrter zu werden. Don Carlos? Ist das der Kerl, der verschollen ging? Ich weiß nicht. Aber er hatte seine Rechnung ohne den Bischof dieses Bistums gemacht. Er neidete uns, unser Land, und beschloss, das päpstliche Edikt als Vorwand zu benutzen, um uns zu vernichten. Don Carlos befand sich gerade auf einer seiner Forschungsreisen, als die Inquisition kam. Als Don Carlos zurückkehrte, fand er seinen getreuen Diener ermordet vor. Seine Kinder waren verschwunden. Sie haben die Kinder mitgenommen, warum? Das werden wir wohl nie erfahren. Der Bischof leugnete, irgendetwas über das Verschwinden der Kinder zu wissen. Aber Zeugen haben gesehen, wie seine Männer den Diener töteten, in dessen Obhut Don Carlos sie zurückgelassen hatte. Was geschah mit Don Carlos? Er legte einen heiligen Schwur ab. Seine Kinder wiederzufinden, selbst wenn er bis zum Rand der Welt gehen müsse. Er legte seine Rüstung an, gürtete Schwert und Schild und tritt alleine hinaus. Niemand hat ihn je wiedergesehen. Ah, Lopez! Haben Sie die Figuren? Sie, Signora, wie Sie befohlen haben. Por favor, Signor Stoppard. Wären Sie wohl so freundlich? Oh, bitte. Aber, Signora... Beruhigen Sie sich, Lopez. Ich glaube, Signor Stoppard handelt aus ehrenwerten Motiven. Sehr wohl, Signora. Weiß nicht, der Gärtner ist immer schuld. Meine Herrin scheint euch zu vertrauen. Aber Sie nicht. Nein, Signor. Damit kann ich leben. Was, dass der Gärtner mir schuld ist, oder was? Ne, da ist der Gärtner mir nicht vertraut. Es passt, Signor Stoppard. Es passt. Schnell finde ich heraus, welche Figuren in welche Löcher gehören. Will keine... Ach, doch. Oh je. Ähm. Oh, ich hätte lesen sollen. Jedes wie viel muss ein Loch mit dem passenden Muster gezogen werden. Wenn ich ein Loch stecke will, springt er wieder zurück zu seinem Platz an der Seite zurück. Und dann, wenn ich ein Loch stecke will, springt er wieder zurück.